Seid gegrüßt. Ich habe mir wieder eine neue Flagge für euch ausgesucht. Diesmal ein Stück weit unter Beteiligung von Freunden, denn ich habe vor kurzem diese wunderbare Flagge von Estland geschenkt bekommen und mir gedacht, na dann soll das nächste Video auch Estland beinhalten. Ich wurde auch von euch in den letzten oder unter den letzten Videos gebeten, doch vielleicht eine kurze Verortung des Landes vorzunehmen, von dem die Flagge stammt. Dem komme ich hier mit nach. Ihr seht hier, dass Estland im Ostseeraum liegt und unter anderem Russland grenzt, was später noch eine gewisse Rolle spielen wird, wenn ich auf die Geschichte der Flagge eingehe. Es ist an sich so, dass Estland von verschiedenen Mächten über die Zeit regiert worden ist, unter anderem Dänemark von 1227 bis 1346, von den Deutschrittern 1346 bis 1558 und von Schweden 1558 bis 1712. Im 19. Jahrhundert wurde es dann Teil des Russischen Reiches. Und wir sehen hier die Flagge des Gouvernements Liefland nicht verwirren lassen. Da unten das Weiß gehört auch mit zur Flagge. Das ist hier vielleicht nicht ganz so optimal dargestellt, aber die Flagge war da rot, grün und weiß. Das Ganze von 1721 bis 1917 und die Zeit dazwischen, also zwischen 1712 und 1721, habe ich jetzt nichts gefunden, welche Flagge da die richtige oder die passende für Estland war. Wir können aber dann sagen, dass die estische Flagge, so wie wir sie heute kennen, mit Blau, Schwarz und Weiß eingeführt wurde und dann auch von 1918 bis 1940 bestand. Das ist zurückzuführen auf eine Studentenbewegung, die das sozusagen eingeführt hat. Es war eher sowas wie ein Verein, also nicht sowas wie unsere Studentenverbindung in Deutschland. Die Farben sind Blau, Schwarz und Weiß, wie ihr dort sehen könnt. Auf Estisch Sinine, Must und Walge. Bitte seht mir nach, dass ich jetzt hier kein fließendes Estisch sprechen kann. Und dieser Verein, Studierender Esten, auf Estisch Eesti, Uliopilastesels oder EÜS, der hat eben in der Universität in Tartu diese Flagge eingeführt und die wurde am 4. Juni 1884 schon im Pastorat von OTP geweiht. Und später eben dann durch den wahrscheinlich estischen Nationalismus auch sozusagen vorangetrieben oder eingeführt. Entschuldigung, dass ich mich immer so räuchern muss, aber ich bin ein bisschen angeschlagen. Die trockene Luft schlägt ein bisschen rein und mit der Unabhängigkeit 1918 wurde sie eingeführt und dann auch zur Nationalflagge erklärt. Die Farben dieser Flagge haben natürlich ebenfalls eine Bedeutung und stellen die Geschichte Estlands dar. Blau ist die Farbe der Loyalität und steht auch für die Seen des Landes und den Himmel. Das Schwarz symbolisiert das Leiden des Landes in der Vergangenheit. Also die Leiden kommen dann später nochmal, deswegen wurde diese Deutung vielleicht auch später noch ein bisschen erweitert. Aber auch die Farbe des estnischen Bodens und die traditionelle Bauernjacke. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier bei diesem Zeitraum das eher eine Rolle gespielt hat als das Leiden, denn das kommt leider dann erst danach. Und das Weiß steht für den Schnee, die Birkenrinde und den estnischen Freiheitskampf. Dementsprechend der Teil auf jeden Fall erst später dazugekommen, denn wie auch schon bei anderen Flaggen oder bei einigen, die ich auch noch behandeln werde, haben wir dann eine Überprägung durch die Sowjetunion. Zuerst hatten wir diese Flagge der estnischen SSR von 1940 bis 1953. Dann wurde diese, ähnlich wie in dem Video über Georgien, abgewandelt. Ihr seht hier auch wiederum eine Vorderseite und dann die entsprechende Rückseite. Auf der Vorderseite ist ebenfalls wieder dieses Symbol zu erkennen. Diese Flagge war dann von 1953 bis 1940 in Nutzung. Nach 1990 gab es erst mal wieder die originale Flagge, die ihr hier noch mal kurz seht, und dann 2001 den Vorschlag, diese Flagge hier einzuführen. Das hatte den Grund, dass man sich ein Stück weit von der Tricolora verabschieden wollte, also der Flagge, die ihr gerade gesehen habt, und hin zu den skandinavischen Ländern wollte, die alle diese Flaggenformen benutzen, weil man sich denen eigentlich verbundener fühlte und sich ein Stück weit von Russland loslösen wollte, oder auch der Vergangenheit mit der Sowjetunion. Aber die alte Flagge, also diese hier, hat immer noch sehr hohe Beliebtheit in der Bevölkerung und so wurde dieser Vorschlag abgelehnt. Und damit endet dieses Video über Estland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Entschuldigt nochmal, dass ich mich immer mal raus wollen musste. Und wir hören uns demnächst. Tschüss!